recht herzlich willkommen auf meinem kanal mein name ist das reiter und wir sind folge nummer 25 von oxygen not included ja der moderak hat mir letztens ein turmentar geschrieben da ging es darum warum ich denn hier diese sauerstoffmaskenkontrollstelle mitten in der basis baue die ist oben rechts am rand die ist jetzt nicht mitten in der basis mitten in der basis hätte ich jetzt gesagt es ist hier wir werden demnächst hier gucken dass wir hier weitere räume ja noch machen weil temperaturabhängig war es glaube dort passend noch genau hier werden es noch ein paar schlafzimmer geben und sowas und hier wird es ja schon wärmer und da noch schlimmer und da denke ich mal machen wir uns irgendwie so ein bisschen hier weil hier unten ja auch dann die wärmere ecke ist und sowas da ist sogar ein geysi hat man den schon angeguckt und chlorglas schlott okay der naja dann nicht so toll ist aber ich werde das hier so ein bisschen dementsprechend abschotten dass man hier reingehen kann darunter und hier lang gehen kann der kompost kann ruhig mit gasmaske ja auch gemacht werden dieser bereich hier wird dann hier geschlossen ja sein die toiletten muss ich dann umbauen aber die müssen sowieso umgebaut werden weil hier ist ja noch plumpsklo mäßig das die werden wir also vielleicht irgendwo anders hin bauen weiter nach links oder so ja und die schlafräume und das das passt schon das ist dann nachher hier der weg dahin okay dann würde ich lieber sagen das ganze machen wir gleich nach dem intro bis gleich so dann schauen wir mal wie es hier aussieht die sind gerade alle am pennen ja genau und einer das ist Stinky der ist am arbeiten was macht Stinky? Stinky hüppt da auch so rum der ist glaube ich nicht ganz so glücklich kann das sein ist der gestresst ballonkünstler geht forschen angenehm geplaudert atmet atmet und diese keime geschichte ok wird bekannt ist bei der griechenlektion keimen gekommen und ist bei anhaltenden kontakt gefährdet ok das müssen wir dann gucken Stress hat er aber nicht er muss auf Toilette hat er deswegen so geguckt Hunger hat er auch weiß ich jetzt nicht er hüpft auf jeden fall und guckt so komisch das ist eigentlich immer ein zeichen dafür dass einem nicht gut geht oder wie Stinky saß drauf und wurde desinfiziert oder habe ich das jetzt falsch verstanden also er hüpft immer noch Essen hat er, Atem, Ausdauer, Blase ist jetzt ok, Moral 23 von 7 also da sieht es jetzt nicht so aus dass da irgendwas ist oder? heutige Belastung wenig Sauerstoff was sagt denn unser Sauerstoff obwohl er eigentlich sieht es doch gar nicht so schlecht aus hier Pumpe muss natürlich noch gebaut werden ja ok Sauerstoff gutes Stichwort für unseren Tisch den wir da bauen müssen damit wir die Sauerstoffproduktion kriegen hier gibt es den nicht ist das eine Station fertig Artikel und Geräte für die Veränderung durch die Bekannten Bekannten werden nichts mehr stellen wenn sie keinen Auftrag und Adresse haben ok dann wird dieses Gerät wahrscheinlich dafür da sein um das zu bauen was wir bauen wollen würde ich jetzt mal hier oben vielleicht hinsetzen erstmal oder? da würde ich jetzt das Temperaturlayout nochmal zu Rate ziehen aber wir können das auch hier oben hin bauen würde ich jetzt mal sagen ne? weil das müssen wir ja nachher auch noch irgendwie gestalten dass man da oben dann das macht oder? so Prioritäten würde ich jetzt hier oben nochmal auf 7 setzen damit das da schneller wird, gebaut wird ok da wird was weggeholt das war die Mehlaust die geholt wurde dann kann da einer essen hier unten gibt es keinen Sauerstoff haben wir auch festgestellt hier sind tatsächlich schon zwei Pflanzen eingepflanzt hatten wir letztes Mal noch im Auftrag gegeben sieht eigentlich gar nicht so schlecht aus oder? ja hier kann man was einpflanzen aber die Pilzspur nicht den Fingerschilf wächst der da? das ist eine gute Frage ne? muss man mal ausprobieren oder? achso pflanzen sollte man dann auch noch drücken ne? aber wir haben nur einen davon müssen wir gucken ob der dann funktioniert oder nicht hm werden wir sehen wenn die Pflanze da ist ob das Sinn macht oder nicht aber hier ist ja auch schon eine schauen wir mal die wächst da ja ganz gut dann kann das ja nicht schlecht sein was macht Ellie jetzt? also das Wasser ist ja jetzt hier schon ein bisschen niedriger Ellie geht hier bauen oder was? oh Ellie hat hier Allergie die ist ganz fürchterlich okay das war jetzt wahrscheinlich dann doch ein bisschen doof weil Ellie da lang geht wo sie gar nicht hin soll vielleicht oder? ja dann würde ich die Priorität hier bound mäßig 0 auf 7 machen für diese drei Sachen hier damit das fertig wird sehr gut bauen da drüber auch ab machen wir gerade auch auf 7 hier dann kann man das auch noch bauen und müssten dann eine Schleuse irgendwo rein bauen hier ist ein bisschen verkorkst gebaut oder? vielleicht kommt das ja auf Dauer auch weg wir machen aber erstmal hier zwei Ziegel hin und dann da drunter noch eine pneumatische Tür erstmal gut hier müssen wir fertig werden da wird schön gebaut das ist schon mal gut das wird fertig gemacht jetzt müsste man hier überlegen das ist ja alles soweit frei da könnten wir eigentlich fluten oder? da müssten wir den noch wegnehmen oder wir lassen den da stehen weil das Wasser dann hier mehr steht oder? ja dafür würde ich sagen fürs Fluten gehen wir hier oben hin und machen das hier mal erstmal so auf 7 damit das gebaut wird aber Forschung ist fertig ne hier das war das geforscht der Aussetzer da ich glaube ja ne das haben wir hier jetzt etwas Generator Ölraffinerie und Petroleum nö das brauchen wir nicht ganz mittel entsafter ne jetzt nicht wirklich Transportband jetzt auch noch nicht wirklich Sweepy Dock ne Hammer und automatischer Melder ne Krankenstation ja wäre vielleicht nicht schlecht aber Herzreiniger und Entsalzer ist jetzt nicht glaube ich so verlangt ronsolierte Rohre ja hier ist Kühlen und Heizen hier wäre es vielleicht nicht schlecht mit dem Filter hier gibt es natürlich noch weitere Rohre Dekoteile sind noch hier müssen wir auch in Angriff nehmen dann ich glaube wir machen erstmal den Filter hier das ist schon denke ich eine gute Sache so Forschungsstation erledigt Forschung abgeschlossen erledigt wir gehen hier gerade gucken also den Tieraussetzer, den Fischaussetzer, den Tierfütterer, den Fischfütterer und den Flugtierköder haben wir da raus und hier ist bei den Stationen dann Pflegestation und Scherstation gut das haben wir erstmal hier wird jetzt weiter gearbeitet das ist sehr gut die Aufgaben haben wir denn hier netto 189 in das klar aber erstmal geht es doch hier oder oder sollten wir erstmal hier wegräumen ne ich glaube da räumen wir erstmal nix weg oh da ist schon was fertig zu essen das ist sehr gut da oben wurde jetzt grad was hingemacht das ist auch gut jetzt wird von hier unten geliefert ja dann würde ich mal sagen machen wir das noch so dass wir hier nochmal graben und zwar diese zwei drei Steine graben wir da mal weg dann kann das Wasser hier nachher runter plätschern wenn wir es richtig gemacht haben oder wir würden jetzt schnellstens das Graben hier nochmal priorisieren und dann würde ich aber das andere nochmal abbrechen hier und wollen hoffen dass das Wasser alles sehr schön darunter läuft Elli ist natürlich gerade nicht an der richtigen Stelle ne so jetzt geht's los okay das ist nicht viel Wasser was läuft das ist schon mal gut oder doch läuft normal aber es passiert nix das läuft jetzt erstmal hier runter das sieht erstmal nicht schlecht aus oder Elli kann da nicht durch die Tür das ist ein kleines Problem ich würde mal sagen wir machen mal das hier gerade eine Leiter hoch den Bau abbrechen und setzen dann eine Leiter an machen wir da Prio hoch und da auch die Prio hoch die Leiter dazwischen kann dann später noch kommen die können da ja rüber laufen ne oder sprengen er sieht erstmal gut aus oder Wasserleitung müssen wir von hier da weiter ziehen ja das wird aber nix mitbringen ist alles gut glaube ich können wir so lassen denke ich mal läuft erstmal da wird gegessen wie ist mit Essen oh Kalorien haben wir erstmal gut hier ist auch nicht mehr rot angezeigt das heißt wir haben genug also genug ist nie bei uns ne Elektrogrill fehlt was lange Arbeitswege ist auch klar wir haben noch keine Rutschstangen eingebaut müssen wir auch noch machen ne das müssen wir dann hier in Angriff nehmen wenn das hier weg ist ne so ist da oben dieser Tisch ja der ist schon fertig aber da fehlt Strom dann müssen wir da Strom hinlegen so Generator Strom befindet sich hier fließt da durch geht da lang geht da lang ich ziehe das erstmal hoch bis dahin und dann dahin aber die prior ist zu niedrig wahrscheinlich gut bauen was kann man denn hier bauen? Sauerstoffmasken ok man kann Sauerstoffmasken aus abgenutzt ok sehr interessant gut dann müssen wir da schauen wie das geht wohl das ist erstmal gut sind sie gerade alle am schlafen bis auf Stinky der ist hier am arbeiten das ist alles ok das macht das hier alles eingepflanzt sehr gut Essen kommt voran das Wasser tropft immer noch runter macht es ganz langsam ist alles gut da kann uns nicht ganz viel passieren würde ich sagen oder? dann würde ich mal sagen machen wir das mal hier so irgendwann geht es da ja rüber dann wird es wieder voll und sollte da rüber gehen dann könnten die rein theoretisch hier trocken und fußes bis dahin erstmal kommen und hier ist es vielleicht auch nicht verkehrt das da auch nochmal zu machen wenn ja müssen wir mal gucken wie sich es gestaltet mit dem Wasser ja aber hier ist erstmal nicht so viel Wasser das da runter fällt das ist schon mal gut ok ja Rohre werden hier auch gebastelt zwischendurch mal wohl Filteranlage haben wir hier auch noch ja hier müssten wir mal gucken wie wir weiterkommen mit unseren Transformatoren der kleine der erste läuft ja hier schon mal ich würde den Transformator mal auf 6 stellen ah die Treppe wird da weiter gebaut das ist schon mal gut glaube ich auf jeden Fall oder wird die Rohrleitung weiter gebaut das weiß ich jetzt nicht ok da gibt es was zu essen da holt sich einer die Mahlzeit und isst die jetzt auf oder ah ne der hat die in Kühlschrank getan ok wie sieht es denn aus hier ist irgendwie was nicht mehr vorhanden ok am letzten mal drei eingestellt ist aber kein Ei wahrscheinlich da erstmal sieht es gut aus oder hier wird geerntet wir haben 6000 Kalorien und wird wahrscheinlich tendenziell sogar steigend noch sein ok das Wasser läuft aber langsam ja hier ist mit der Luft ein bisschen schlecht für Ellie ne wer baut denn hier die Leiter die Leiter machen wir jetzt mal auf 9 Ellie hat hier schon wieder schnupfen wegen den Pflanzen ne ja ja das ist schlecht ja die Tür muss erst gebaut werden bis ich sagen kann Ellie geh da mal nicht mehr hin wenn der hier habe ich sie gesperrt aber auf anderen Seite kann sie jetzt rein ne naja jetzt müssen wir die Tür dann erstmal aufmachen damit Ellie da durch kann oder damit die Sauerstoff kriegt der hat ja dann ein arges Problem wird jetzt hier was gebaut ich hoffe es was ist jetzt bei Ellie passiert jetzt kommt sie irgendwo auch ein Level ab könnte jetzt einer mal hier die Treppe die auf Stufe 9 ist mal bauen würde sehr viel Sinn machen ok also hier ist jetzt schon mal voll das läuft schon mal weiter alles ist gut erstmal kontrollierter Wasserablauf ne so jetzt gehen wir mal hier hin Fertigkeiten der Duplikanten Fertigkeiten der Duplikanten können wir auf jeden Fall was machen und da sie das gerne hat machen wir das auch und hier haben wir Lindsay die hat hier schon den Dingens ich sag schon den medizinischen ne ist das Medizin ja ne ja dann machen wir da weiter ne das gibt jetzt die rote Käppe und bei Ellie haben wir ja schon das Ende erreicht das ist erstmal gut so dann haben wir Kolonienzusammenfassung was haben wir geschafft gutes Ei lasse ein neues Tier aus einem Ei schlüpfen ok haben wir geschafft gut würde jetzt hier mehr jemand bauen das wäre auch cool ah jetzt kann Katalina da hoch jetzt geht die Leiter hier und ich hoffe wenn die Leiter mit da ist dann müsste es eigentlich auch klappen dass die da durch können oder? so erstmal sieht es doch gut aus oder? hier unten ist ein bisschen wenig Kohle der läuft aber noch der Automat da müsste noch Strom hin haben wir hier aber noch nicht zu Ende gebaut da oben ist schon Strom hier oben wird noch nicht gebaut für die Masken da müssen wir aufpassen dass das hier noch nicht fertig ist ok Essen fast 10.000 das sieht erstmal ganz gut aus ok dann würde ich aber auch sagen machen wir erst einen Cut hier ich bedanke mich recht herzlich fürs zuschauen würde mich freuen wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid falls ihr noch kein Abo habt macht eins falls euch die Folge gefallen hat gebt einen Daumen hoch macht euch die Glocke an dann kriegt ihr mit wenn ihr das nächste Video hochladet gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen wir sehen uns in der nächsten Folge bis dann Ciao Ciao